Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auch in Patch 10.1 wird es einen Drachenreitenskin aus dem Raid geben, in dem Fall aus Aberus. Jetzt ist bekannt, wie ihr den bekommen könnt, allerdings mit einem Wermutstropfen, denn nur die wenigsten Spieler werden diesen Drachen wohl bekommen. Es geht dabei um den Elementiumdrachen, beziehungsweise die Verkörperung des Höllengeschmiedeten. Den bekommt ihr in Aberus, Schmelztiegel der Schatten, für euren Hochlanddrachen. Dank des Loot-Journals des Abenteuerführers ist jetzt aber bekannt, den werdet ihr bei Schuppenkommandent Sakaret bekommen, also dem Endboss des Raids, allerdings nur auf mythisch und nicht wie beim Rasa-Gethskin auf allen Schwierigkeitsgraden. Eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare. Danke fürs Zusehen. Like und Abo nicht vergessen. Reingehauen!